so und wir kommen zum zweiten part von gta online und ja und ne und so und gerad ruft mich an sehr gut okay hallo ich möchte gerne ein my little pony pferd und verarscht naja gut also willkommen zurück und ich dachte mir mal ich spiele wieder geht ja online und da würde ich mal sagen spieler jagen weil ich sehe da schon wieder eine art kopfgeld kann aber kurz lonsen also wenn er jetzt passiv modus ist das wäre natürlich ärgerlich der ist aber ganz schön nach weg verletzt wo wohne ich denn da wohne ich und er ist da weiß dass es muss keiner mit kopfgeld sein ich werde jetzt jeden verbumsen ach guck mal da ist nicht einmal ein kruzeichen kackmark holen und jetzt geht's los auf in den krieg auch die coolen fähig so und was ich noch mal sagen wollte ich werde wenn ich auto fahr andere musik rein machen also das radio ausmachen dann mache ich andere musik rein die ich einfüge genau jetzt jetzt sollte ich jetzt habe ich ja nicht die musik eingefügt weil ich habe bock dass die in-game musik da jemand meldet oder dass das youtube komisches ding ins dass da das ging jetzt ab dass sie das so erkennt und ich denn hier ihr dings ärger bekommen deswegen füge ich jetzt einfach von overwork erst mal overwork dann mache ich noch andere musik könnt ihr mal sagen wenn ihr gute findet ich glaube ich weiß selber noch hier von dj rock kann ich ja noch mal einfügen und mal gucken was die spieler hätten machen auf jeden fall werde ich der musik einfügen ich selber hören nicht sei im spiel aber ihr solltet was hören also das ist auch nicht so langweilig im autofahren aber das ist auch ein bestimmte arbeitung was sie machen muss muss immer genau gucken wann ich autofahrer nicht aussteige und sowas hat kopfgeld von 1000 wo ist dann zu weit weg oder warte mal ich wollte ja eine mission mache ich später ich wollte zum flughafen letztes mal weil spieler jagen ich kann ja mal gucken was der hier vorne sagt ups so ups sorry ist er das im krankenwagen ne quatsch hinterher ich krieg dich hat er angst vor mir aber ich bin auch so ein hübscher boy okay komm her der pedo will ich wo der ist ja ganz schön schnell was hat er denn für ein auto wo wo gleich habe ich ihn bin sogar in der nähe des flugplatzes gehen wir zu den anderen spielern boom weil die sind nicht so schnell gerade am weg cruisen da ist er nein nein feil nicht feil sondern feil boom steht da der afk rum ne äh 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 boom ey aufstehen hallo hallo du bist afk hallo ups na gut das ist ja irgendwie voll fies aber ich wollte zum flugplatz der ist warte mal wo bin ich hier ich bin rechts ist das wasser ja ich weiß wo es lang geht obwohl quatsch weiß ich gar nicht ja rechts muss ich ich muss einfach gucken wo norden ist dann weiß ich mich auch wo man lang fährt und ich werde nächsten part vielleicht nächsten pack er part ich kriege heute richtig versabler ne ähm da werde ich mit einem freund spielen aber der hat kein headset also und ich kriege das sowieso nicht hin also er wird mich nicht hören aber ihr hört ihn auch nicht weil er eh kein headset hat und wir spielen einfach so zusammen machen irgendwas ohne dass ich ihn höre aber ist ja nicht so schlimm glaube ich hauptsache mal nicht alleine kann ich wenigstens mal hier anderen vertrauen und ich baue hier wieder was machen die denn da vorne genau wo ich das gerade sehe oh mein gott wixer sorry aber da gut wenn du mich schon abballerst dann kriegst du meinen haftbaum umzuspüren ok alles gut gelaufen und nicht da vorne ist der flugplatz vielleicht erwische ich sogar noch die rampe also hier runter okay ich hätte die erwischt aber ich will was anderes machen ich gehe mal auf eine ganz andere art zum flugplatz so und go und zwar hier lang oh fuck das ist natürlich gewollt gewesen also das ja ich werde die musik sogar so einfügen dass es genau im höhepunkt dass ich da fliege einfach nur keine ahnung kommt besser rüber jetzt aber hoi ja lol auf dem dach geil hast du schon mal einen arfer auf dem dach gesehen hier siehst du das lol okay ja nice warte nochmal hier so hinfahren so yeah vielleicht irgendwie so run was los bla 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 ich sag mal deine blöden kisten nicht niemals so ich bin ja schon level 48 und jetzt schaue ich mal ob der buzzer da ist weil eigentlich spawnt er schon manchmal bei mir also eigentlich bei level 50 am meisten aber ich habe es auch schon mal gehabt dass er manchmal gespawnt ist ich hoffe mal ist einer weil dann kann ich richtig spieler jagen gehen ne den mag ich nicht den mag ich nicht dann fahr ich mal kurz hier hinten lang wow wenn ich da hinten lang fahr dann ähm spawnt da der titan also dann diese garage da oder hangar genau so wenn er jetzt kein vorsatz ist dann nehme ich einfach den einen heli weil ich kann doch jetzt hier so richtig bescheuert lange rumzufahren und 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 ne schade schade so ja also was ist natürlich ein bisschen lustiger zu schauen oder für mich auch spaßiger wenn ich mit freunden spiel aber ja das geht gerade zurzeit nicht aber veraufnahmen macht es auch mehr spaß als so alleine spielen ohne dass man mit jemandem ist weil man weiß ja dass es geguckt wird von ein paar leuten und deswegen macht das allgemein mehr spaß und ich spiel jetzt auch nur noch diese spiele die mir jetzt auch wirklich spaß machen wenn mir etwas nicht mehr spaß macht dann ja dann lass ich es auch also zum beispiel wie battlefield 4 auf der ps3 auf ps4 macht es bisher natürlich spaß weil geil und so und lag frei und so aber ja auf ps3 das halte ich nicht mehr durch das geht nicht mehr und die stats werden sowieso nicht übertragen also wir sind nicht auf einen server wie bei call of duty goes da sind die dateien ja auf einen server also wenn ich bei ps3 spiel ist es bei ps4 genau gleich so und ja und sowas halt mal gucken was die hier so machen ich mach jetzt den stalker hallo hallo ist er in sein haus ja ist er ich verfolge den jetzt mal im tiefflug du 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 wow nein 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 aha geil geil so weiter geht's aber der ist ganz schön langsam der junge obwohl der versteckt sich der versteckt sich da ist er 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 komm her ich kann zwar nicht ziehen aber ah ne das ist glaube ich sein haus ne ja er ist in seiner garage ah kacke das ist das 2 teuerste haus glaube ich hier fliege ich mal zu denen wow 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 wand 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 so gut 8 minuten geht da schon ey das ist krass alter krass soll ich ja ok schon gut meine selbstgespräche sollten aufhören oder laut zu denken ey die sind ganz hinten ups ja die sind ganz hinten diesen Trevorland ich nenne das einfach Trevorland weil da Trevor wohnt und ich mach mal so einen auf James Bond ey ja ich weiß schon was ich vorab ich will es jetzt noch nicht erzählen weil ja das könnten sich einige vielleicht schon denken aber ich erzähl es einfach mal nicht achso was man noch machen kann mit den Heli man kann mit X schießen also wollte ich eigentlich den einen da töten aber der hat sich versteckt der ist abgehauen nein so wow man kann auch hier Kino-Modus anmachen das kommt auch schon das war cool und so nicht weil irgendwie wenn der jetzt nochmal wechselt ja so wie soll man denn so irgendwie einen Kampf machen vielleicht kann man das ja als Thumbnail benutzen juhu ey da ist einer in im Gefängnis ja da wo auch hin gehörst wahrscheinlich ne das ist so ein Schwerverbrecher werden obwohl ne 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 der entkommt grad äh der macht hier grad da ist er Mateo oder wie heißt er komm den hole ich mir ah der haut ab ja Mateo hallo Mateo 3832 wie geht es dir ich verfolge dich und helfe der Polizei boah das sieht echt geil aus wenn hier so dreihelig sind äh 4 mit mir na boah jetzt gehts los wow I spotted hey rammt mich nicht komm 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 ey er dreht wieder um Kopfgeld von 5000 ey das muss ich mir in der Runde noch holen wenn ich es schaffe hallo spinnst du ich bin auch ein Mensch komm ah ich hab noch genug Zeit ich kann natürlich auch einen 19 Minuten Part machen ah ne 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 ich versuche nicht bei den 15 Minuten zu bleiben weil dann krieg ich beim Renderprogramm ein bisschen Fails und dann geht das nicht mehr zu gut sooo den lasse ich mal in Ruhe weil der hat schon der leidet schon genug wegen der Polizei da kommt die drehen schon um ich werd mir jetzt die das Kopfgeld holen ey hoff ich mal dass ich schon den Fallschirm aufgerüst hab ich will jetzt einfach mal YOLO runterspringen boah die Stadt ist auch ganz geil ne bin jetzt schon am überlegen wie ich die Part nennen soll weil ne what the fuck der holt sich den auch ne 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 das ist meiner ja sag nicht dass er im Haus ist ne da fährt er da ich krieg ihn aber nicht doch er hat ein Unfall gemacht nein Wow, nicht abschlitzen. Nein, nein. Wow. Ohoho. Ich hab eine Seite gemacht. What the fuck, Alter? Wie geil war der denn? Komm. Na, fuck. Ich verfolge den jetzt, ey. Sterbe ich hier, wenn ich runterspringe? Bestimmt. Kacke, wie soll ich hier wieder runterkommen? Nein. Hier, ne? Hier sieht es doch gut aus. Ne. Hä? Bin ich... Hä? Bin ich jetzt hier gefangen? Ohne... Vielleicht kann ich das schaffen, auf die Mauer da zu springen. Nein! Oh! Oh, lol. Ich hab überhaupt keinen Schaden bekommen. Huh. Na gut. So, da tippt er jetzt bestimmt schon hinter alle Berge. Aber ich ruf mal hier den Mechaniker an. Und hol mir mal ein Motorrad. Was du brauchst, Boss? Ein paar Räume? Ich kann sie runterbringen. So. Sag mal her mit dem Bike. Komm. Ja, auf dem Mechaniker kann man sich kaum verlassen, ey. Ah, da. Sehr schön. Her damit. Ich hab... Ich hab... Ich hab fast einen Auftrag. Hallo, gehst du da vorher runter? Hä? Alles klar bei dir? Ha! Ja, genau. Meine Hupe. Hört euch das an. Schöne LKW-Hupe. Ah, geil. Sag nicht, dass er in seinem Haus ist, ne? Wenn, dann... Es ist echt ein Fail. Diese Verröger gesagt. Ah, komm. Ne, der fährt noch. Der ist im Kanal. Der ist im Kanal. Oder? Ich hab schon wieder fast jemanden gerammt. Oder, oder, oder? Der ist unten. Der ist unten. Auf jeden Fall unten. Irgendwo hier. Nein! Au! Nein! Der ist im Kanal, ja. Das ist eindeutig im Kanal. Komm, komm, komm. Los. Den krieg ich locker mit dem Motorrad, Mann. Ich bin viel wendiger als er. Komm, hier rüber. Ja! Ich bin rüber. Hi. Komm, 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 komm. Nein! Er hat sich gerettet in dem... Oh, fuck. Nein! Oh! Das gibt's doch. Er hat sich gerettet, in dem er in diesen... In diesen Gebiet reingegangen ist, wo er einfach in der Mission ist, ey. Oh, das gibt's doch nicht. Blöd, Mann. Nö. Hier. Dein blödes Out. What the fuck. Kaputt. Geh, kaputt. Ah, egal. Fuck, ey. Und die 15 Minuten sind erreicht. Ja, da muss ich sagen, mit diesen Fail... Ah, das Auto ist auch weg. Muss ich den Part beenden. Es tut mir echt leid. Im nächsten Part... Mach ich vielleicht mal ein paar Gangangriffe. Ich will das ja erstmal ein bisschen... Ja, das ist... Ja, ich will jetzt nicht sofort mit Missionen anfangen, sondern ich pendle das einfach mal so ein bisschen hoch. Und da ist die Polizei. Nein, nein, nein. Dann würde ich sagen, ich beende den Part. Bis dann. Bis zum nächsten Part. Tschüss.